Der Preis wird gestiftet von der Technischen Universität Lieberetz und ich bitte Frau Dr. Neumann-Nova und die Präsidenten der Eurovision nochmal auf die Bühne zur Preisübergabe. Herr Mosch befasst sich mit der gesellschaftlichen Verantwortung von Familienunternehmen in der tschechischen Republik vorrangig. Da stellt sich die Frage, sind Familienunternehmen besser als andere Unternehmen? Sein Ziel besteht darin, in der Erforschung der Unterschiede dieser Unternehmen in der tschechischen Republik und im Entwurf eines Bewertungssystems, womit die gesellschaftliche Verantwortlichkeit von Familienbetrieben in der Eurovision beurteilt werden kann. Vielen Dank. Ich danke Ihnen recht herzlich und wünsche weiterhin viel Erfolg. Damit sind wir jetzt am Ende der Preisverleihungen und ich bitte noch einmal den Projektkorps gestalten.